Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Boah, Stefan, der neue Hund von meiner Nachbarin ist nur am Rumkläffen. Nicht umsonst misst man Lärm in Dezibel. Echt jetzt? Schon gut, Anke. Die beiden Fußhupen von meiner Nachbarin heißen ja Michaela und Schäfer. Rate mal, welche Rasse. Keine Ahnung. Möpse? Ich hoffe ja, die Körbchengröße ist artgerecht. Ach nee. Einmal die Vier und einen Hotdog. Und zum Nachtisch Dackelpudding. Hä? Momentchen mal bitte. Stefan, wusstest du, dass es einen TV-Sender für Hunde gibt? Daher kommt doch der Begriff Television. Nicht lustig. Also regelmäßiges Gassigehen mit dem Hund gehört zu den effektivsten Abnehmmethoden. Bei Versuchspersonen wurde ein durchschnittlicher Gewichtsverlust von sieben Kilo innerhalb eines Jahres festgestellt. Ich mag Katzen trotzdem lieber. Deine Kunden auch, aber das interessiert dich ja nicht. Wieso? Wenn man hier tankt, geht man nur vor die Hunde. Mach 220 Euro, sammeln Sie Frohlichpunkte, haben Sie eine Fressnapfkart oder sind Sie im Zwingerclub? Nein. Dann tanke schön. Bitte schön. Dankes Tanke in der FFA Morning Show mit Daniel und Julia.